Willst du mich heiraten? Ich will jetzt keine Regeln dabei haben. Das ist ein Kulli-Ring. Er ist für besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke. Gratulation! Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst der Ministerium für Staatssicherheit. Ich lerne groß sein. Ich will wissen, was genau Langfeld in der BRD treibt. Ein paar Zentimeter. So waren wir da und auch nicht da. Luisa Langfeld hat gemäß Anordnung umgehend eine Krebsdiagnose erhalten. Dann los mit dir. Alles in Ordnung? Was ist mit dir vorhanden? Du hast mit Luisa Langfeld gesprochen. Was wolltest du von mir? Ich kann das doch nicht. Was kannst du nicht? Fällt es dir schwer, deiner Frau nichts zu erzählen? Bitte stell sie auf. Du musst mir immer alles sagen. Lass uns zusammen beginnen, ja? Er will nein nicht unser Volk. Sie fühlen sich aber einsam. Hör auf! Ein richtiger Mann! Wir kommen, wir kommen! Wir kommen, wir kommen! Wir kommen, wir kommen! Ich will da raus. Dann komme ich nicht an. Mit wem haben Sie bei Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Wir sind zum Einfachgeladen. Wir kommen, wir kommen. Wir kommen, wir kommen auf. Wir gehen auf der grande Janke.